Bringe deinen Körper in die Gegenwart. Wenn du damit beginnst, eine Person aus ihrer Komfortzone herauszunehmen, dann wird der Körper mit Verunsicherung reagieren. Weil meistens ist es so, dass dein Körper sich dagegen sträubt, aber wenn du es dann tust, merkst du, wie gut es war und wie viel es dir gegeben hat. Wenn du wüsstest, dass das Göttliche eine Intelligenz voller Liebe ist, es ist Bindegewebe aller materiellen Dinge. Es ist die ganze Zeit präsent. Geil. Real Talk, Bro. Wie er sagt, alles um uns herum ist eigentlich göttlich und wir könnten das alle sehen, wenn wir da wären, wenn wir hier wären, wenn wir im Jetzt wären und nicht in unseren Gedanken oder im Handy. So viele Menschen wurden konditioniert zu glauben, sie seien machtlos. Sie glauben, ihre Gedanken würden nichts bewirken. 6, 8, wir sind out of control. Sommernacht, heute am Block und wir hustlen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, meine Jutschen. Und zwar gehen wir jetzt in ein Video rein und endlich mal wieder ein Video von Dr. Joe Dispenza. Bringe deinen Körper in die Gegenwart. Wichtiges Video, denke ich. Ich bin gespannt, was der Dr. Joe hier heute zu erzählen hat. Es geht wahrscheinlich wieder um das Thema Bewusstsein, um das Thema Meditation, um das Thema seine eigene Genetik und sich selbst steuern zu können mit seinem Bewusstsein. Wichtige Themen, meine lieben Freunde. Haben wir uns heute auch schon ein Video zu reingezogen. Wir werden ein weiteres reinziehen, weil ich einfach finde, dass diese Themen, gerade bei den ganzen anderen Themen, mit denen wir uns hier auf dem Kanal beschäftigen, extrem wichtig sind, einfach damit wir nicht vergessen, bewusst zu sein, liebend zu sein, harmonisch zu sein und an das Gute zu glauben. Und deswegen will ich diese Bewusstseinsthemen auch jetzt wieder öfter immer mit einbauen, so, weil ich einfach finde, dass das die einzige richtige und, ja, die einzige richtige Antwort auf die ganzen anderen Sachen sind, auf die wir reagieren, auf diese ganze teuflische Geschichte, die in der Welt abgeht. Deswegen geht's rein ins Video. Let's go. Der Körper, der sich zum Bewusstsein wandelt, hat so große Angst, ins Unbekannte zu treten. Er wird alles versuchen, um uns abzulenken. Das ist, das ist Facts. Also jedes Mal, das wirst du jedes Mal merken, wenn du aus deiner eigenen Komfortzone raus musst, so, oder gehen möchtest, oder wenn du irgendwas tun möchtest, was unbekannt ist für dich, so. Als ich das erste Mal nach Mexiko gereist bin, und die Tage davor habe ich einfach, ich war einfach krank. Also mein Körper war wirklich krank. Ich habe Bauchschmerzen gehabt, Schnupfen, Schüttelfrost teilweise, und das nur vor Angst, vor dem Ungewissen, so. Das hat mich krank gemacht, so. Aber da, da merkst du, wie dein Körper auf, auf, auf unbewusste Dinge, beziehungsweise auf, auf, äh, eventuelle Dinge, die in der Zukunft passieren könnten, reagiert, so, weißt du. Sobald ich in den Flieger reingestiegen bin und in Mexiko angekommen bin, so war das alles weg. Und ich habe mich brutal gut gefühlt. Das heißt, man darf da nicht zu krass drauf hören, was dein Körper dir teilweise sagt, so, gerade wenn es darum geht, aus deiner eigenen Komfortzone rauszugehen. Weil meistens ist es so, dass dein Körper sich dagegen sträubt. Aber wenn du es dann tust, merkst du, wie gut das war und wie viel es dir gegeben hat, so. Du spürst Jucken oder Schmerzen oder Blähungen oder Kopfschmerzen oder Übelkeit. Der Körper sagt quasi, nein, 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 das letzte Mal, als du ins Unbekannte getreten bist, da ging alles schief. Du wurdest betrogen, du wurdest manipuliert und es hat sehr weh getan. Es ist genau wie auf meiner Ranch, wo die Hengste in großen Koppeln untergebracht sind. Und zu Beginn hatte ich keinen elektrischen Zaun. Die Hengste konnten die Stuten auf der anderen Seite riechen. Sie rannten dann buchstäblich durch den Holzzaun durch. Diese großen Tiere brachen einfach durch. Und dann rannten sie zum Hügel. Und die Natur rief sie. Wir installierten einen elektrischen Zaun und sie versuchten dann, diesen ein paar Mal zu berühren, bis sie genug hatten und vom Zaun fernblieben. Das nennt sich Konditionierung. Du bemerkst eine Veränderung und du bist dann plötzlich hellwach. Du bemerkst, dass plötzlich dieser elektrische Zaun da ist. Und jetzt kannst du mit fünf Männern versuchen, den Hengst zum Zaun zu schieben, aber er wird sich wieder setzen. Er hat sich an die Koppel gewöhnt. Das Gleiche tut Schmerz mit uns. Du willst nicht wieder Schmerzen spüren und dein Körper wird sich automatisch wehren. Wenn du damit beginnst, deine Person aus ihrer Komfortzone herauszunehmen, dann wird der Körper mit Verunsicherung reagieren. Na, das ist ein Schutzmechanismus, einprogrammiert. Folge unseren Anleitungen. Fokussier dich nicht auf deinen Körper und jedes Mal, wenn der Körper sich bemerkbar macht, dann hol ihn in die Gegenwart und sag ihm, ich werde dich später schlafen lassen, ich werde dich später essen lassen und du kannst dann Kaffee trinken, du kannst danach deine Augen öffnen und duschen, du kannst dich danach hinlegen, was auch immer, aber jetzt bist du nicht mehr der Mind. Ich bin der Mind. Und jedes Mal, wenn der Körper das tut, dann hol ihn in die Gegenwart. Bewusstsein. Und damit trainierst du dieses Pferd. Du sagst ihm, dass es nicht mehr der Mind sein kann. Du bist der Mind. Genauso wie wenn man ein Tier trainiert, wird der Körper realisieren, dass dein Wille größer ist als sein Programm. Und er wird sich fügen. Und wenn er das tut, kommt es jedes Mal zu einer Freisetzung von den... Das ist powerful. Ich spüre es dir. So kannst du dich wieder umprogrammieren, ins Hier und Jetzt rein und dich nicht mehr leiten und lenken lassen von den Dingen, die in der Vergangenheit eventuell passiert sind. Die. Und alle sagen das Gleiche. Ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Es war die Mühe wert. Ich habe mich gezwungen, jeder sagt das. zu gehen. Und jedes Mal, wenn du das tust, dann wirst du dich im Unbekannten wiederfinden. Und sobald du dich am Kopf kratzt oder gähnst, bist du wieder im Bekannten. Sobald du zu gähnen beginnst, sagt der Körper, ich will das nicht tun. Hör zu, wenn du ein Treffen mit dem Göttlichen hast und du erscheinst dort gähnend und kratzend und desinteressiert, dann erscheint das so, als würdest du nicht daran glauben, dass es existiert. Wenn du wüsstest, dass das Göttliche eine Intelligenz voller Liebe ist, es ist Bindegewebe aller materiellen Dinge. Es ist die ganze Zeit präsent. Geil. Real Talk, Bro. Aber du musst es mit der gleichen Energie treffen. Dein Mind muss mit seinem Mind übereinstimmen. Deine Lebenslust muss auf seine Lebenslust treffen. Dein Wille muss seinem Willen nahe kommen. Und wenn du das tust, und wenn du wirklich dieser Intelligenz näher kommst, dann wirst du wohl kaum gähnen. Es wird nichts jucken. Du wirst erstaunt sein von der Großartigkeit. Viele Leute packen es nur halbherzig an. Sie wollen es nicht wirklich anpacken. Oder sie denken, sie seien... Ja, da gehört halt sehr, sehr viel Disziplin dazu. Ich sehe das genauso, wie er das sagt. Es gehört halt sehr viel Disziplin dazu, in das Göttliche reinzukommen und göttlich zu leben. Da musste ich halt von vielen Dingen auch trennen. Und halt wirklich versuchen, da zu sein. Bewusst zu sein. Und das Leben so wahrzunehmen, wie es ist. Wie er sagt, alles um uns herum ist eigentlich göttlich. Und wir könnten das alle sehen, wenn wir da wären, wenn wir hier wären, wenn wir im Jetzt wären. Und nicht in unseren Gedanken oder im Handy oder im TikTok oder in YouTube oder auch hier auf Twitch. Sondern einfach da zu sein. Und das ist halt eine Challenge. Und das ist wie Training. Man muss sich dahin trainieren. Wie er gesagt hat, immer wieder zurückkommen ins Bewusstsein. Immer wieder ins Hier und Jetzt kommen. Wenn du gerade zu viel denkst, such einen Vogel im Himmel und beobachte einfach nur diesen Vogel. Der wird dir helfen, wieder nach hier zu kommen. Güte, das ist der Körperverstand, der da spricht und dir sagt, dass du es nur halbherzig anpacken sollst. Aber wenn du wüsstest, dass du etwas Neues erschaffen kannst, indem du deine Energie veränderst, und wenn du wüsstest, dass du dich mit dieser realen Intelligenz verbinden kannst, was würdest du zu dem Treffen mitbringen? Du wärst bestimmt pünktlich. Du wärst präsent. Du wärst engagiert. Du würdest dich benehmen. Du würdest nichts und niemandem erlauben, dich abzulenken, wie bei einem Rendezvous mit einem Lover. Du würdest dieses Treffen auf keinen Fall verpassen wollen. Du würdest Berge versetzen, um genug Zeit für diese Person zu haben. Rendezvous, mein Alter, es sind deine Prinzipien. Es ist das, worauf du den Fokus legst. Hundertprozentig. Wir sprechen hier über prima Materia. Wenn du auf so eine Weise zum Treffen aufkreuzt, dann sagt dir dein Programm, dass du gar nicht an diese Intelligenz glaubst oder dass du sie nicht erreichen kannst oder dass es zu schwierig ist oder dass es zu viel Arbeit ist und all diese Ausreden. Wenn du aber sagst, ich brauche kein Frühstück, ich brauche kein Kaffee oder Tee, ich brauche den Schlaf gar nicht, ich brauche die Dusche nicht, ich will jetzt mein Mobiltelefon nicht, ich will meinen Komfort nicht, ich will keines dieser Dinge, ich will dich, ich will dich mehr als alles andere. Dir gilt jetzt meine Zuneigung. Und du gibst dein Bestes. Ich meine, sieh es so, Leute treten vor den Altar des Göttlichen und sie beschweren sich dauernd. Sie betteln für Dinge. Ich meine, würdest du mit einer solchen Person eine Beziehung eingehen? Schöss dir, das war, das ist wirklich so. Und ich sage dir ehrlich, als ich angefangen habe zu beten und so, ich würde niemals Gott so disrespekten und immer um irgendwas bitten. Weißt du? Ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, diesen Respekt zu haben und erstmal für die Dinge, die man hat, dankbar zu sein in erster Linie. Und das immer und so oft wie möglich so. Bevor du Gott um irgendwas bittest, sei erstmal dankbar für das, was du hast, Bro. Viele Leute sehen die Sachen, die man hat, als selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Es ist nicht selbstverständlich, dass du ein Bett hast, dass du eine Familie hast, die dich liebt, dass du jeden Tag essen darfst, dass du trinken hast, dass du duschen kannst. Diese ganzen Sachen sind nicht selbstverständlich. Also sei erstmal dankbar dafür, bevor du anfängst, für irgendwas zu bitten. Jemand, der dich ständig um Dinge bittet und dich bittet, etwas zu tun? Jemand, der immer etwas braucht? Jemand, der bettelt? Früher oder später wirst du sagen, ich habe für sowas keine Zeit. Es gibt Leute, die bitten um Teuflisches, also die wetten zum Beispiel, und das ist ja nichts Gutes, nichts Positives, nichts Göttliches, eher teuflisch so, und bitten darum, dass die gewinnen. Und zwar bitten die Gott. Das ist so abstrus. Du hast doch nicht mal eine Verbindung hergestellt. Also verbinde dich mit dieser Intelligenz. Du musst verstehen, dass du dich ihr anpassen musst. Du musst eine Verpflichtung eingehen, wenn du dich hinsetzt. Du musst dich hinsetzen wie ein vornehmes Wesen. Du musst dich trennen von allem und jedem. Du musst dir sagen, das ist jetzt meine Zeit. Ich investiere meine Zeit in das Göttliche. Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf das Unbekannte und ich will Resultate in meinem Leben sehen, die es mich wissen lassen, dass diese Intelligenz real ist. Ich werde mir die Zeit nehmen, mich mit ihr zu verbinden und so wie sie zu werden und mich mit ihr zu connecten. Und keine Person, keine Sache, kein Ort, kein Erlebnis wird mich meiner Aufmerksamkeit berauben. Und jetzt wirst du ein elektrisches Signal erfahren, als ob du ein wildes Pferd besteigst, es umklammerst und ihm die Spuren gibst. Lass uns fortreiten. Das Pferd weiß jetzt, dass es nicht mehr die Kontrolle hat und nicht mehr der Mind ist, dass jemand mit einer höheren Intelligenz jetzt die Kontrolle hat und der Mind ist. So viele Menschen wurden konditioniert zu glauben, sie seien machtlos. Sie glauben, ihre Gedanken würden nichts bewirken, ihre Gefühle würden nichts bewirken, sie glauben, dass ihre Taten nicht wahrgenommen werden, sie glauben, sie seien unsichtbar. Krass, hundertprozentig, hatte voll recht. Sie wurden konditioniert zu glauben, dass sie wertlos und kraftlos sind, was überhaupt nicht der Fall ist. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für die Leute, die uns mehr oder weniger kontrollieren. Wenn du wirklich eine Bevölkerung hast, wo die meisten Menschen denken, dass sie machtlos sind und keine Kontrolle haben und deren Gedanken, deren Gefühle, deren Sachen, die sie tun, Dinge, die sie tun, keine Auswirkungen auf irgendwas hat, dann sind die leicht programmierbar. Weißt du, wie ich meine? Und wenn wir aber diese Macht für uns wieder realisieren würden und merken würden, dass alles, was wir tun, eine Auswirkung hat und wir immer vor der Entscheidung stehen, ob wir gute Dinge tun, richtige Dinge tun oder falsche Dinge tun, dann hast du eine Power wieder über dich und dein eigenes Leben. Und dann lässt du dich nicht mehr so leicht kontrollieren von anderen, weil du weißt, dass du eine eigene Macht und eine Power hast. Setz dich hin wie ein würdevolles Wesen. Kontrolliere den gegenwärtigen Moment und sag dir, die nächsten 45 Minuten oder die halbe Stunde oder 20 Minuten oder die ganze Stunde, das gehört mir. Das ist, wer ich werde. Und du stehst nicht auf, bevor du diese Person bist. Dein Körper wird es früher oder später kaum erwarten können, sich zu verbinden. Das Gefühl wird elektrisierend sein und ich verspreche dir, du wirst nicht gehen an dich kratzen oder dergleichen. Du wirst diesen Pfad verlassen. Das ist bloß der Körper. Und der Körper braucht einen Lehrmeister, der eingreift und sagt, das ist meine Zeit und wir tun es auf meine Weise. Crazy, man. Powerful, Diki. Der Körper... Geiles Video wie der Dr. Joe Dispenza. Kann ich dir hundertprozentig unterschreiben, was er da gerade erzählt hat. Also, und ich hoffe, die Message ist bei dem einen oder anderen zu Hause angekommen. Ich liebe euch alle, meine lieben Freunde. Kommt ins Göttliche, kommt ins Gute und glaubt daran, dass es das gibt und ihr werdet es merken, so wie er es gesagt hat. Sobald ihr euch dem wirklich richtig committet und sagt, ich bin jetzt da und ich will dir folgen und ich will, dass du durch mich durchliest, Gott, dann wird er das tun, Digger. Dann wird er das tun und dann werdet ihr merken, wie powerful es ist. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare zu sagen, Love Gang. Peace.